Nein, es wird schon präumig. Wie schaut es denn bei dir aus mit dem Hunger? Ich habe auch noch weitere zwei Dosen reinstecken. Okay, hier ist noch mal ein Kerzenhalter drin. Hier ist Tiefgarage, hier stehen Autos. Genau, da war ich drin, gerade für einen. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich schon wieder draußen, oder wie? Mhm. Dann rennen da bestimmt ein paar Zombies, oder? Nein, da waren gerade für einen keine Zombies. Die Tiefgarage war leer. Ach, hier endet die Rampe? Ja, genau. Und hier bin ich die Treppe runtergekommen. Achtung. Hier die Treppe runter und hier ist das, wo es in den Schacht runtergeht. Ansonsten müsste ich, glaube ich, soweit alles durchsucht haben hier. Er trinkt es ja auch alle. Ich glaube, ja. Genau. Und hier. Ja, aber ich habe noch nicht gefunden, wie man in diesen Bunker da rumkommt. Ja. Ja. Müssen wir vielleicht wieder zurück hier? Naja, vielleicht kommt man wirklich durch die, wo wir die Faultür gehabt haben, die verschlossene. Ja, aber man kommt doch hoch. Wo bist du jetzt? Na, ich bin wieder zurück. Mhm. Ach so. Wo geht es denn eigentlich hier hin? Hier ist es auch noch. Vielleicht in den Bunker rein. Ja. Hier ist es auch noch Bücherregale. Sehr geschalt. Natürlich wieder nichts drin. Ja. Komm auch nicht. Okay. Und hier geht es auch noch mal. Treppe hoch. Wo geht es hier hin? Ach, hier oben ist einer. Ja. Zombie. Griecher. Griecher. Grüßt'n. Ja, da wird es hier rausstellen. E. Ah, jetzt hat er. Ah, hier oben ist auch noch mal, wir sind noch mal fünf Casino Tokens. Und hier oben geht es auch noch mal weiter. Ich glaube hier oben, das ist der, hier ist auch noch mal Casino Tokens im Müll drin. Warte mal, hier, ja hier, das ist der Bunker. Ja, das ist der Bunker. Hier ist noch mal Breast drin. Hier ist, kann man da irgendwas sagen, das kann ich noch. Hier wäre das Klaus, kann man auch noch mitnehmen. Okay. Und hier ist zum Beispiel auch noch mal so, ah, hier ist also Volltür, dann kommt man da wahrscheinlich durch und dann zu der Leiter hin. zu der anderen. Volltür. Hm. Gut, gut. Ich bin hier in den roten Dingern drin gesprungen. Okay. Oh, aber jetzt kommen wir hier wieder auf dem normalen Weg nicht raus, weil jetzt muss der ganze Scheiße wieder zurück laufen. Na ja, das, ähm, es kommt drauf an. Ich muss jetzt mal, wo sind wir denn hier jetzt? Ich guck, das ist nur ein Rundgang. Ach so, richtig. Dann muss man hier her und dann, äh, wahrscheinlich oder auch nicht, wo ist jetzt eigentlich da? Das ist, wenn wir jetzt hier her gehen, ist da auch noch irgendwo? Da bin ich oben, siehst du das Loch da an der Decke? Vielleicht können wir uns da raus bauen, aber da bin ich durchgekommen. Was für Loch in, ach, das ist da drüben, das einzelne kleine, okay. Genau, da bin ich schon gesprungen, ja. Hm. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es nicht, dass rakete sein? Das ist möglich, ja. Irgendwie eine Abschussrampe mitten in der Stadt ist? Das ist möglich, ja. Soll ich mal ein bisschen mit dem Hammer drauf hauen? Mhm. Mach das. Es ist auch so gesichertes Ding. Hier kannst du keinen Frame enden, doch. Ah, okay. Musst du nur wieder zurück bauen. Mhm. So, jetzt muss ich mal... Aha. Okay. So. Und jetzt, ach so. Ja, und hier ist die andere Tür hier. Was für andere... Ah, okay, okay, okay. Passt, ja. Richtig. Richtig. Ja. Wenn man mit mehr Leuten ist, könnte man das Ding hier gut... Mhm. Richtig, ja. Probe für zwei. Ne, für zwei ist es viel zu groß. Ne, für zwei ist es viel zu groß. Ne, für zwei ist es, glaube ich, viel zu groß. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal gucken, dass wir irgendwo in ein Haus rein können und ein Ding setzen, eine Kiste. Hier oben liegt noch eine Leiche und ein Rucksack. Okay. Ach, da unten, okay. Ach, da unten, okay. Alter, wird das jetzt finster. So, aber bleibt jetzt trotzdem nur das eine Haus da, aber ein anderes... Ja, irgendwie, ja. Irgendwie, ja. Es sei denn, du möchtest dich irgendwo in den Bunker einnisten oder so. Ne. Ne. Naja, aber da drüben ist nichts mehr an so einem roten Haus, ne. Naja, dann war das doch... Kann fast nicht mehr laufen, so schwer beladen bin ich. Boah, ist das finster, das ist ja Wahnsinn. So, und wo war jetzt das auch da drüben? Ja, gut, entweder ist das oder wir nehmen halt... Wo bist du denn jetzt wieder? Da drüben. Also das da drüben, oder was? Ja, das rote. Gut, dann müssen wir jetzt dann eh erst einmal gucken. Freischießen. Mhm. Ja, richtig. So, komm her. Du hast mich vorhin schon so schief angeguckt. Hat er das? Einfach mal alles anschießen. Ja, sauber an der Schulter wieder vorbeigeschossen. Oh, andere Seite. Ich treffe heute wieder gar nichts. Ups. Das war jetzt wieder seltsam. Zack. Ja, das Gute ist, dass man die halt jetzt länger looten kann. Ah, wenn die schon komplett zusammengefallen sind. Jo. Ah. Gut. Gut, gut. Dann, ich glaube, jetzt schmeiß ich mal, erst einmal was hier in das Auto rein. So. Hm, Auto ist voll. Ah, Mist. So, okay. Ah, ah. Ja. Du bist ein wenig die Nachzüglerin, hm? Und da drunten kommt noch Krabbelhainz. Na dann. Ja. Der ist wieder durch sie hindurch gegangen. Der auch. Oh. So, dann schauen wir mal was ich beiden habe. Wahrscheinlich wieder nichts. Altes Sandwich. Sehr schön. Gut. Ach, du bist schon drin, okay. Und dann mach ich gleich mal zwei Kisten, oder? Oder drei? Mach drei gleich. Mach drei gleich. Guten Tag. Ach so. Das ist egal. So. Au. Nicht hauen. So. Dann immer hinauf. Dann gehen wir wahrscheinlich ganz rauf wieder, oder? Ja. Jo, jo, jo. Dann mach dir mal das Video. Dann lift du halt nr hast. Dann rauf wieder. Ma abla frage. Irgendwum. fools. der hirsch da draußen der will uns glaube ich verscheißen und das schwein auch so dann die kisten hier also passt das ist offen oder gut so kisten omen stehen einfach bloß alles rein jetzt nicht viel drin gut genau wo man die einkäufer aus dem auto gut alles kann ich nicht mitnehmen zumachen also was haben wir jetzt hier oben drin waffen dann kommt da der rest rein so zack zack sehr schön so was machst du jetzt gerade so oben die eke noch am dach gemacht brav brav so dann schauen wir mal was im schlug ach da ist schon durchwühlt alles jetzt finster das ist wahnsinn bücherregale waren beide leer ach so hier unten ist das schon dran ok aber jetzt ist der hirsch dran ja sehr schön na toll es regnet schon traumhaft brauchen wir nur irgendwie noch einen topf oder so ja ah und hier ist nämlich der nächste hirsch schon wird man die leichen noch zack obwohl die hirsche geben dann genug fett dass wir uns dann ein paar fackeln machen können wenn wir einen top haben richtig so ja dann müssen wir bloß hoffen dass wir irgendwo was drin finden schmeiß mein fleisch erstmal ins auto werde ich auch machen das werde ich auch machen das werde ich auch machen und dann kann ich ja hier mit linker hohe ziehen wo die hasen gibt es jetzt sogar in verschiedenen varianten ich habe hier einen braun weißen hasen und überbier geht knarf hinter unserem haus hier 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 hier